Liebe Publikum, heute an diesem vierten Advent etwas über die Kunst sich beschenken zu lassen. Dass Schenken eine Kunst ist, hat sich herumgesprochen. Dass es aber auch eine Kunst ist, Geschenke mit Anmut zu empfangen, scheint in weitesten Kreisen noch wenig bekannt zu sein. In Wirklichkeit ist es eine sehr hohe und vornehme Kunst, sich beschenken zu lassen, eine weit schwerere als die Kunst des Schenkens. Es gibt Menschen, bei denen einem sofort hundert Dinge einfallen, mit denen man sie erfreuen könnte, und andere, jeder kennt sie wohl, bei denen jedes Fest eine neue Verlegenheit bedeutet, was man ihnen nur schenken soll. Und dies sind keineswegs immer die Menschen, die schon alles haben, im Gegenteil. Verwöhnte Menschen machen es einem meist leicht, sie noch mehr zu verwöhnen. Nein, es sind die Menschen, die keine Wünsche äußern oder, noch schlimmer, keine haben. Um leicht beschenkbar zu sein, muss man offen begeisterungsfähig, arglos sein. Man muss vieles hübsch und begehrenswert finden. Man muss zu den Menschen gehören, die an Schaufenstern stehen bleiben. Man muss Liebhabereien und vor allem, man muss Schwächen haben. Man muss alten Weinbrand, erlesene Zigaretten oder feines Konfekt lieben. Die Wunschlosen werden es nie lernen, sich beschenken zu lassen. Sie werden jedes Geschenk nur mit einem mehr oder minder hörbaren Seufzer entgegennehmen. Dieses Lächeln des Schenkenden, wie oft bemerken es die Beschenkten wohl? Sehen sie niemals, wie viel Erwartung und Vorfreude darin liegt? Hier ist es nun, das Geschenk, die Frucht so vieler Erwägungen, das Zeugnis so zarter Aufmerksamkeit. Wie wird es aufgenommen werden? Wird man es jetzt zusammen ausprobieren, genießen, loben? Wird jetzt dieses kleine Fest der Zuneigung und Dankbarkeit gefeiert werden, das der Sinn des Schenkens ist? Schüchtern und erwartungsvoll lächelt der Schenkende. Und der Beschenkte merkt nicht, wie aus diesem Lächeln, das schön macht, auf einmal das trübe Clowns lächeln, das enttäuschen wird. Die Sippen des Beschenkten sind rau. Sollte man es für möglich halten, dass die Leute gar nicht so selten sind, die Geschenke mit Äußerungen quittieren, wie »Das kann ich ja gar nicht annehmen« oder »Im intimeren Kreis, du hast wohl zu viel Geld«. Man könnte weinen, wenn man sieht, wie viel Freuden hier im Keim abgewürgt werden. Man muss den Beschenkten zugute halten. Sie haben in dem Spiel, das der Schenkende mit Ihnen spielen will, bei weitem die schwerere und undankbare Rolle. Unvorbereitet, überrascht vielleicht, müssen Sie das Geschenk verstehen, die Aufmerksamkeit, die Anspielung herausfühlen. Und gerade in diesem Augenblick fällt Ihnen die Führung des Spiels zu. Die Kunst des Empfangens fordert Geistesgegenwart und Konzentration. Doch das eigentlich Schwierige liegt anderswo. In jedem von uns liegt irgendwo etwas auf der Lauer, was sich gegen das Beschenktwerden heimlich wehrt. Eine Scheu davor, verpflichtet zu sein. Eine Angst vor der Dankbarkeit. Man hat sich etwas schenken lassen. Es ist dieses Gefühl, das einem so oft die schrecklichen Worte eingibt. Aber das ist ja viel zu viel. Aber wie kannst du nur? Und dass es einem Vorgang, der heiter, festlich und übermütig sein sollte, so oft etwas Peinliches und Gequältes machen kann. Das Wichtigste muss man wohl in sich haben. Die Artlosigkeit. Die Fähigkeit, sich erfreuen zu lassen. Die Fähigkeit, all die schönen Errungenschaften, der Scham, Eitelkeit, Würde einmal in den Wind zu schlagen. Dabei ist es nicht so schlimm. Es gibt ja gewisse Einrichtungen, wie gemacht uns die Harmlosigkeit zurückzugeben. Wie wär's zum Beispiel mit Weihnachten. Der liebenswürdige Geruch von Lebkuchen, Gänsebraten und Wachskerzen. Wie sanft er uns die Seele massiert und einölt. Schon schmilzt der Panzer ein wenig, indem wir sie zu verbergen lieben. Vielleicht wird es uns doch noch gelingen, uns mit Grazie etwas schenken zu lassen. Du Olmensch Du Olmensch Du Olmensch Untertitelung des ZDF, 2020